Moin Moin Digga, ein Schöntgen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GDR Online Challenge! Challenge! Scheder, Brammen und Sebastian und heute wird wieder gequisst. Noo Brammen! Heute wird wieder gequisst. Die Jungs haben sich am Stadion von Los Santos hingestellt und müssen gleich einen Ort finden, den ich Ihnen quasi hier, ihr seht das Bild quasi schon vor euch, ja, was sie auch kriegen werden und ich werde es vielleicht irgendwann ein bisschen vielleicht leichter machen, indem ich vielleicht ein bisschen weiter rausgehe, aber erstmal kriegen sie das Bild von mir und sie müssen da hinfahren. Und wie fahren sie da hin? Indem sie sich Zeit erspielen, überhaupt fahren zu dürfen, indem ich Quizfragen stelle. Ich stelle pro Person drei Quizfragen und sie können sich dann 20 Sekunden erspielen und ja, mal gucken, wie weit sie kommen und dann haben sie halt dementsprechend entweder 20, 40 oder 60 Sekunden Zeit zu mir hinzufahren und müssen dann, sobald ich Stopp sage, die Finger von der Tastatur lassen, dürfen vielleicht noch ein bisschen mit der Maus bewegen, damit sie nicht hier AFK sind und fliegen nicht, damit sie nicht rausfliegen. Ja. Ansonsten habt ihr alles, oder? Was ihr braucht? Ja, das ist unser Ziel, ne? Okay. Ja, das ist euer Ziel. Euer Ziel ist das hier. Ihr dürft die Karte natürlich nicht benutzen, damit ihr seht, wo ich bin. Äh, okay. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen die PS-Reihenfolge. Das heißt, äh, Brammen, Sepp, Peter. Oh Gott, Alarjay, wo bist du? Und, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht mehr rausfliege, ne? Ja, genau, wir drehen uns einfach auf jeden Fall. Oh, der steht heiß kalt hinter uns, die Sau. Okay, so, dann stelle ich hier kurz nochmal meinen Timer ein. Zack, 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 so. Und, ähm, ja, Brammen, die erste Frage. Wo findet man Matratzen-Einstreu? What? In einer Matratzen-Herstellungsfabrik. Die Antwort ist im Stall. Ah. Okay. Welche Tiere sind Freunde in der, in den Kindergeschichten von Janosch? Huhn und Fuchs, Tiger und Bär, Esel und Katze, Hund und Fisch? B. Diger und Bär, ist richtig. Nein! Da, da war der geraten? Nein. Das wusstest du nicht? Oh, krass. Das wusste ich natürlich. Wen bezeichnete man früher als Gaukler? Trickbetrüger, Heiratsschwindler, Störenfried oder Unterhaltungskünstler? Das Letzte. Störenfried Unterhaltungskünstler. Ist auch richtig. Hast du 40 Sekunden Zeit? Warte. Deine Zeit stelle ich kurz hier ein mit dem Handy. Gott, ähm. So. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Warte, 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 warte. Wie, warte? Nein, stopp, 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 stopp. Was ist denn jetzt los? Letztes Mal haben wir in der ersten Runde so gemacht, dass wir alle die Fragen durchgegangen sind und dann alle gleichzeitig losfahren. Das ist richtig. Ah, na gut, okay. Dann ist natürlich, Bram kriegt 40 Sekunden. Okay, dann ist die Sebastian. Zu welchem Land gehört die Karmark, also Sebastian, Karmark, also Karmar-Gue, geschrieben mit C, Karmar-Gue, Karmark, eine Landschaft, die zwischen zwei Mündungsarmen liegt? Ägypten. Frankreich. Ah, ja, Mensch. In welcher deutschen Stadt liegen die Landungsbrücken? Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf. Hamburg. Ist richtig. War ich schon. Welches Verkehrsmittel existiert auf Malta nicht? Eisenbahn, LKWs, Taxis, Fahrräder. Äh, Eisenbahn. Ist auch korrekt. Hab ich da nicht gesehen, als wir da waren. Nein, okay. Aber dann hast du auch 40 Sekunden. Alter. Das ist ja schon mal belastend hier alles. Peter. Zu welchem Land gehört die Landschaft Davos? Oder Davos, D-A-V, also Davos mit V. Davos. Davos. Habe ich vier Auswahlmöglichkeiten? Nein. Dann sage ich Griechenland. Die ersten Fragen haben nie eine Antwortmöglichkeit. Richtige Antwort ist Schweiz. Schade. Was ist bei Kraftfahrzeugen in Deutschland nicht gesetzlich vorgeschrieben? Warnweste, Sicherheitsgurt, Reserverat oder Verbandskasten? Reserverat. Reserverat. Korrekt. Wie heißt die Hauptstadt von Haiti? Oh nein. Port-au-Prince, Verrette, Hispaniola oder Carrefour? Oder, also Port-au-Prince, Verrettes, Hispaniola oder Carrefour? Also Carrefour. Der Hafen. Korrekt. Nice, alle 40 Sekunden. Dann habt ihr alle 40 Sekunden Zeit. Dann mache ich den Timer für euch fertig. Ihr könnt los in 3, 2, 1, go. Warte mal. Oh, Bram, das ist tendenziell falsch. Das ist der Parkplatz. Oh, das war tendenziell sehr falsch, wo ich hingefahren bin. Also, das ist Bram einfach alles klar auf den Parkplatz gefahren. Also, gerade Fürth, zumindest in der Reihenfolge gesehen, die losgefahren ist, glaube ich, Peter. Ja, aber fällt Peter in die richtige Richtung? Ja, das ist die Frage. Weiß ich auch nicht. Das sage ich ja nicht. So, über die Autobahn darf man fahren, wa? Ihr dürft überall langfahren, wo ihr wollt. Ihr dürft nur nicht fliegen. Ich bin, okay, kann ab und gegen gefahren. Bram ist zum Flughafen gefahren, oder was? Also, ich sehe, dass zwei Leute sehr hintereinander fahren. Oh, die Zeit ist rum. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Ich bin direkt gegen Auto gefahren. Hi, Peter. Peter überholt, jawohl. Kein Wundig, wahr. Okay, oh, oh. Ich habe noch eine Person überfahren. Und noch eine. Wollt ihr wieder zu drück gleichzeitig fahren? Ja, ab jetzt haben wir es nach und nach gemacht, tatsächlich. Alles klar. Wie ist denn das, wenn ich jetzt verprügelt werde und aus dem Auto rausgerissen werde? Dann stirbst du. Und dann landest halt wieder. Keine Ahnung. Du musst ja von da aus bis zum Auto rennen und dann... Also, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Entweder stirbst du dann halt oder startest... Ich darf mich auch nicht wieder an, ne? Eigentlich nicht. Ich lasse das jetzt einmal durchgehen. Sepp, werde ich da ruhig? Ja, cool. Ich bin tot. Ja, gut, dann... Geh halt zurück zum Auto. Ja. Okay, ab jetzt. Okay. Wenn irgendwie die Polizei plötzlich bei euch ist oder sonst was, dann ist das euer Problem. Okay. Gut. Okay. So, äh, Brammen. Ja. Deine nächste Frage. Du hast auch wieder drei. Wann wurde der Deutsche Kinderschutzbund gegründet? 1690, 1953, 1814 oder 2000? 53. Oh, warte. Verklickt. Ist korrekt. Geil. Halt's ab. In welchem Land liegt die Stadt Winchester? Island, England, Irland oder Wales? In... Haha, in Wales. England. Schade. War keine Joke-Frage. Welche Ware ist kein Eigenname, ein... Äh, kein Name einer Eigenmarke? Entschuldigung. Welche Ware ist kein Name einer Eigenmarke? Tempo, Patex, Edding oder Mob? Ja, Mob. Ist auch korrekt. Damit hast du... 40. Krass. 40 Sekunden. Okay, warte. Du fährst jetzt los. Und darfst los in 3, 2, 1, jetzt. Ja, komm, Gas. Jetzt müssen wir nachdem wir hier vorne... Fährt der Bram? Da wurde so ein Fick, bin ich hingefahren. Cool, das kenne ich, wo wir hier sind. Ich würde sagen, nach 3 Durchgängen, also das ist jetzt der 2. Durchgang, mache ich ein bisschen einfacheres Bild, wo ich bin. Okay. Alter. Der Bram bist du gerade im Kindergarten, oder was? Ja, ja. Hab ich richtig Gas. Finger weg. Stopp. Rolle, Rolle, Rolle. Nicht dagegen. Jo, schön. Haha, Blum, Rad, geht nochmal weiter, ey. Naja, okay. Schön ist anders. Hey, Sebastian. Ja. Wie wird das Mineral Pyrite auch genannt? Also P-Y-R-I-T. Pyrite auch genannt. Löwengold, Elstergold, Schweinegold, Katzengold. Katzengold. Wreckt. Welcher englische Begriff bezeichnet den Ablaufzeitpunkt einer Frist oder Fälligkeit? Finishline, Lifeline, Deadline, Endline. Deadline. Correct. Was beinhaltet das Kiss-Band-Prinzip? Kiss wie der Kuss. Kiss. Kiss, Kiss was? Prinzip. Kiss-Prinzip. Okay. Einfache Problemlösung, Kuss als Liebesbeweis, Abschiedskuss, Küssen verboten. B. Einfache Problemlösung wäre die richtige Antwort gewesen. Damit darfst du auch 40 Sekunden fahren. Shit. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Leute, komm ich hier rüber. Nein, komm ich nicht. Oh Mist. Jetzt trennt sich vielleicht doch nicht die Wege von Peter und Sepp. Oh, hier ist sogar fast schneller, glaube ich. Fuck. Also es scheint auf jeden Fall einen Plan zu haben, wo er hinfährt. Alter, mein Auto! Ich hab so einen halben Plan, sag ich jetzt mal. Ich will nicht gerade zurückzufahren, um nochmal einen anderen Weg zu nehmen. Ich weiß nicht, ob der schneller ist. Keine Ahnung, ich seh Sepp nicht mehr. Ja, das stimmt wohl. Oh oh. Er hat es geschafft wegzufahren. Finger weg, stopp. Uff. Da bin ich nochmal gedreht. Boah, da wäre ich fast in den Fluss reingefahren. Das sieht sehr eng aus bei dir. Peter! Yo. Was ist Zöliakie? Z-Ö-L-I-A-K-I-E. Zöliakie. Gesellschaftsspiel, Modeerscheinung, Glutenunverträglichkeit, Hautausschlag. Glutenunverträglichkeit. Korrekt. Nice. Nice. Stark. Welcher Schauspieler wurde nach seiner Filmkarriere auch Präsident der USA? Cary Grant, John F. Kennedy, Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger? Ronald Reagan. Korrekt. Die niedersächsische Region Ostfriesland liegt an der Küste der Nordsee, der Ostsee, des Eiselmeeres oder der Beringsee. Oh mein Gott, ich habe nicht die geringste Ahnung. Mhm. Wait. MF. Warte mal. Sachs. Ne, Niedersachsen. Niedersachsen? Wait, sag nochmal. Darf ich nochmal hören? Die niedersächsische Region Ostfriesland liegt an der Küste der... Ostfriesland? ...Nordsee, der Ostsee, des Eiselmeeres oder der Beringsee. Ich sage Ostsee. Nordsee. Okay. Damit hast du auch 40 Sekunden. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Peter, komm mal vorbeigefahren, dann weiß ich wenigstens, dass einer bei mir ist. Mal gucken, wo jetzt Peter den Weg nimmt. Welchen Weg jetzt Peter nimmt? Das ist ja alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist schon ein interessanter Weg. Peter fährt wieder zurück. Richtig gut. Den er dann nimmt. Du hast noch weniger als 40 Sekunden Zeit. Fuck you. Oh mein Gott, ich bin gecrashed. Finger weg, stopp. It's vorbei. It's vorbei. Wait, sehe ich da Sebastian vor mir? Warte mal, wo bist du? Jo. Ich dachte, du fährst mal an. Der hat's ja nicht wiedergefunden. Alter, was ist hier los, Peter? Brammen. Ja. Welcher Bundeskanzler ist für die Agenda 2010 verantwortlich? Gerhard Schröder. Okay. Gerhard Schröder. Wie wird die Wissenschaft bezüglich der Rosen bezeichnet? Wie die Pflanze. Was? Die Wissenschaft der Rosen. Entschuldigung. Wie wird die Wissenschaft bezüglich der Rosen bezeichnet? Mykologie, Rodologie, Vulkanologie oder Gemologie? Ah. Die Mykologie. Es ist die Rodologie. Schade. Wie nennt man das? Über Bord werfen von Ladung von einem Schiff, um das Schiff zu retten. Seelauf, Seesprung, Seewurf, Seeflug. Seewurf. Korrekt. What? Damit hast du zwei Fragen auch wieder richtig. Und du kriegst mal wieder 40 Sekunden Zeit. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1. Jetzt. Hier raus. Jetzt kommt Brammen hier gleich noch vorbei. Das ist jetzt der dritte Durchgang. Dann, sobald wir quasi mit Peters Part durch sind, mache ich dann ein bisschen mehr meines Bildes frei. Lohnt sich das jetzt, wohin zu fahren, wo man strategisch gut steht, Peter? Ich habe, also ich dachte, ich... Ist das irgendwie so ein Joke-Bild von Jay? Weil ansonsten ist das doch ziemlich offensichtlich, wo er ist, oder? Ne, finde ich nicht. Könnte auch woanders sein. Ich habe noch was Zweites im Kopf. Zeit vorbei. Roll! Roll immer weiter! Roll! Bravo rollt! Bravo rollt auf die Klippe! Roll! Ja, stopp! Jetzt musst du nicht mehr rollen. Jetzt an... Ja, oh, schon. Okay, gut, ich stehe gut. Nice. Sebastian. Ja. Wie heißt der Amtssitz des Staatspräsidenten der Französischen Republik? Schloss Bellevue? Élysée-Palast? Schloss Versailles? Oder Schloss... Sanssouci. Nicht Sanssouci. Ähm... Sanssouci. Also wer sei... Also ich kann das gerne auch nochmal buchstabieren, wenn du willst. Aber ich hoffe, ich habe es richtig vorgegeben. Ich weiß, was es ist. Ich nehme... Ähm... B. DE die Seepalast. Ist korrekt. Windstärke 12 entspricht wie vielen Kmh? 64, 118, 320 oder 99? 320. 118. Scheiße. Ein zoologisch-botanischer Garten im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt heißt Walburga, Wilhelma, Walli oder Wilfriede? Walli mit W. Walli-Walli? Walburga, Wilhelma, Walli oder Wilfriede? Wilhelma. Korrekt. Als ob, ey! Nein, das dauert 40 Sekunden Zeit. Okay. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Ich muss ja erst einmal wenden hier. Da hat Peter auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, wende du mal. Ja, ich muss mal gucken, ob ich für 20 Sekunden kriege. Hey, Wilhelmina oder Wilhelma oder was auch immer. Sorry, Leute, ich muss hier mal durch. Ja, nice. Los, gib Gas. Das ist schon sehr faszinierend hier, wo die drei Jungs langfahren. War ich hier richtig? Doch, ich hoffe. Äh. Hä? Yo! Höhen, Sepp! Hä? Zeit ist rum. Hä? Na, Sepp, alles gut bei dir? Hä? Nach Bramms extra runter im Stadion hat sich zumindest Bramms und Sepp wieder getroffen. Okay. Peter! Yo. Zu welcher Stadt gehört der FC Schalke 04? Dort gut Gelsenkirchen, Essen oder Bochum? Gelsenkirchen. Das ist korrekt. Welche offizielle Währung hat Dänemark? Dänische Krone, Dänischer Franken, Dänisches Pfund oder Euro? Dänische Kronen. Korrekt. Welches ist ein Jazz-Stil? Mazzurka, Chaconne, Bebop oder Beguine? Also Beguine. Keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird. Also Mazzurka mit Z und Urka, Chaconne mit C alles, Bebop, einfach so wie Cowboy Bebop, nur ohne, ne aber nicht nur mit einem E. Deswegen weiß ich nicht, ob es Bebop halt wirklich ist oder nicht. Oder Beguine. Ich nehm Bebop. Bebop. Ist korrekt. Nice. Mach mal, hast du ne Minute, oder? Weil Cowboy Bebop hat ein Jazz-Intro. So will ich draufgekommen. Ah, ja, genau. Okay, ich weiß ja nicht, ob es Bebop ausgesprochen wird oder nicht. Ich glaube, Bebop wird auch noch mit einem E geschrieben. Achso, okay. Ja, du hast ne Minute Zeit. Das heißt, zum ersten Mal mal volle Zeit. Okay, dann sagen wir, wann ich loswerf. Drei, zwei, eins, jetzt. So, Sepp, fährt Peter sofort auch an uns vorbei? Der fährt easy an uns vorbei. Sepp hat mich verunsichert mit dem, wo das ist. Jetzt gehe ich vielleicht doch einen anderen Weg. Also ich habe da noch was anderes im Kopf, was gut sein kann. Ich glaube, das würde ich Jay auch zutrauen. Hat er da uns ein bisschen versucht zu verwirren. De Bait! Genau. Das kann Bait sein. Ja, dann will ich aber nicht hier rumfahren. Ach, come on. Ja, noch darfst du steuern, wa? Nur zur Info. Na, Peter, du hast auch noch weniger Zeit als eine Minute. Der Konkurrenzkampf hat mich gerade ein bisschen geärgert. Ich glaube, du hast 20 Sekunden nicht Zeit. Ja, der fährt einfach anders. Ich lasse mir alle Optionen offen. Peter hat mal ein anderes im Sinn. Mehr oder weniger zumindest. Gott. Zeit ist rum. Okay. Okay. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen dunkler. Ich kriege jetzt ein neues Bild. Ich muss das aber kurz eben anfertigen. Snap-Medic. Selbstporträt. So oder so? Müssen wir dich eigentlich berühren oder nur den Ort finden? Lassen wir es so. Ich würde sagen, berühren ist cool. Wer dich umfährt. Platt fahren, wie auch immer. Ja, okay. So. Dann machen wir hier nochmal ein neues Bildchen für euch. Mhm. Zack. So. Schön mit dem Handy fotografiert. Jetzt ist natürlich ein bisschen ein klein anderer Winkel. Ein bisschen mehr zu sehen. Bitte schön. Ich sehe es schon. Ich drehe gleich um. What? Okay. Okay. Jetzt eröffne ich wieder die Karte. Wir machen jetzt zwei Durchgänge. Bis zum nächsten Tipp. Und wir fangen an mit Bram. Ja. Um welchen Star geht es im Film Walk the Line von 2005? Tom Jones, Elton John, Elvis Presley oder Johnny Cash? Johnny Cash. Korrekt. Welches dieser Handwerke braucht eine Ahle? A-H-L-E. Ahle. Schuhmacherei, Fassbinderei, Bäckerei oder Tischlerei? Ähm, B. Die Schuhmacherei. Wäre es gewesen. Schade. Was wird auch Tridem, Triplet oder Dreischnell genannt? Tandem für Dreifahrer, Tandem Hubschrauber, Smart Ford Wo? Oder Ford Who? Ne, Smart Ford Who wahrscheinlich eher. Oder E-Bike Varianten. What? Tridem, Triplet, Dreischnell. Tandem für Dreifahrer, Tandem Hubschrauber, Smart Ford Who oder E-Bike Varianten. Tandem für Drei, das habe ich einfach. Keine Ahnung. Ist korrekt. Wunderbar. Was? Ja. Stark. Dann hast du 40 Sekunden Zeit. Guck mal, lass mich das kurz einstellen. So. Deine Zeit läuft in drei, zwei, eins, jetzt. War, Bram, immer schön auf den Verkehr achten. Ja, ja. Du kannst jetzt nicht überholen. Nicht recht überholen. Das ist gegen die Vorschrift. Das ist mir egal. Na, nee, in Amerika darfst du das. Na, ist ja okay. To stay in line. Ich hätte euch ja vorher mal fragen sollen, wo ihr denkt, wo ich denn wäre. Sieht man das nicht? Aber das hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gesagt. Ja, ja, das ist halt das Problem. Was ist das Problem? Ich habe keine richtige Ahnung. Nur so einen groben Verdacht. Ich glaube, dass er am Flughafen ist. Und deswegen fahren wir beide in die gleiche Richtung. Ja. Da ist rum. Okay, schön die Bande mitnehmen. Sei cool. Sei cool. Nicht dagegen. Jawohl, sehr schön. Okay, so können wir stehen bleiben. Sebastian. Ja. Der Begriff Droge stammt ursprünglich von dem niederländischen Begriff Droh und bedeutet fett, trocken, nass oder faul. Äh, trocken. Correct. Ha, niederländisch, endlich bringst du mir was. Welches bekannte Gewürz aus der Küche wird auch Rusenig oder Jakobszwiebel genannt? Was? Pfeffer, Majoran, Paprika oder Schnittlauch? Äh, Schnittlauch? Schnittlauch? Correct. Oh. Nice. Wobei handelt es sich um keinen der vier Temperament... Entschuldigung. Wobei handelt es sich um keinen der vier Temperamentstypen. Melancholika, Pygnika, Phlegmatika, Cholerika. Was war da, was war B? Pygnika. Dann nehm ich das. Correct, 60 Sekunden. Juuu. Jetzt geht's los. So. Guck mal, mach dieses Bild an, Alter, weißt du. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Ich seh auf diesem Bild einfach nichts, außer, ja gut. Diesen Turm halt. Und ne Halle daneben, aber das spricht nicht für das, wo wir gerade hinfahren, Bram. Oh, da dürft ihr ja fast hinkommen, ne? 60 Sekunden. Könnte klappen. Wo ist ein Brammen hier? Dann müsst ihr hier vorne nicht irgendwo rumschimmeln. Oh, fahren wir mal. No! Wow! No, wow? No, wow! Levas? Das neue Levas. Nein, jetzt nicht Telefon! Wo ist das, wo ist das, wo ist das? Scheiße, das sieht ja alles nicht so aus, Bram. Wie gesagt, ihr müsst mich platt fahren. Ich hör'n Auto. Als ob du ein Auto hörst. Ja, ich hör'n Auto. Voll am Lugern. Aber nicht mich. Stopp! Sei's rum. Okay. Shit! Peter! Ich hab'n mir vorbeigefahren. Ja. Ich bin anders gefahren, Bram. Wie heißt ein Lied der neuen deutschen Härteband Rammstein? Katzenwälz? Aal? Haifisch? Oder Karpfen? Haifisch. Der hat Tränen. Da, 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 da. Äh, richtig. In welchem Fluss in Deutschland liegt die Mäuseturminsel? Rhein, Donau oder Elbe? Rhein. Korrekt. Ach, ich sehe, als ob du das wusstest. Nee, ich hab' keine Ahnung, das war lang. Ach so, okay. Ein deutsches Wort für Kongruenz ist Folgerichtigkeit, Präzisierung, Übereinstimmung, Zusammenkunft. Kongruenz? Keine Ahnung. Folgerichtigkeit. Kann mich noch an ein kongruentes Dreieck erinnern. Und das ist Übereinstimmung, denn alle Seiten sind leicht lang. Haben wir das zu 40 Sekunden Zeit? Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Das sieht hier ziemlich richtig aus, Peter. Ich würd hier hinfahren. Ich glaub dir nicht. Also ich muss nur einmal noch Zeit kriegen, dann bin ich da. Ja, guck mal, dann hab ich ja eh keine Chance mehr dabei. Ja doch, du kannst jetzt noch das schaffen. Nee, ich bin zu weit weg davon. Wie bin ich denn hier? Ihr weißt doch gar nicht, wo ihr seid. Alter, ich glaub, ich bin noch nie durch diesen Tunnel gefahren. Ja, meine Theorie ist, die sind am Prison. Das ist richtig. Also ich bin am Prison. Ob Ram hier ist, weiß ich nicht. Ich stehe exakt davor. Deswegen frag ich mich, wo du bist. Hä? Okay, Moment, jetzt fahr ich wieder zurück. Ich stehe exakt daneben und stand davor. Also ich stehe auf der Autobahn, direkt daneben. Zeit ist rum. Also ne, ja, ich... Oh, Hände weg. Weiter. Jetzt gibt mir noch kein zweites Bild, wa? Ich sag's mal so. Wollt ihr ein zweites Bild? Ja. Okay, das klingt so, als bräuchten wir eins. Das hat ja nichts, das hat ja nichts gebracht. Ja, ja, man hat schon mehr erkannt, würde ich sagen. Aber ihr kriegt ein neues Bild. Ja, gerne. Mach ich doch gerne für euch. Machen wir statt zwei Runden, machen wir lieber nur eine Runde für ein neues Bild. Glaube ich auch besser. Oh, warte mal, ich hab mich falsch verletzt. Hier nicht rauswerfen. Danke. Ja, Agent, Mann, geh mir nicht auf den Sack. Wer ist mal direkt dahin gefahren, wo ich hin wollte, Mann. Snap-Matic. Zack. Ich zeig mal die andere Seite, ja? Ja, mach mal. Von dem Haus. Ist natürlich tiefste Nacht. Hast du dich jetzt bewegt, oder wie meinst du das? Ja, ich bin halt ein kleines Stückchen gelaufen, aber man sieht halt das Haus immer noch sehr deutlich. Aber wisst ihr eigentlich, wie man in den Einstellungen das Spiel heller machen kann? Ich find's einfach nicht. Und bei mir ist es irgendwie übertrieben dunkel. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht Escape drücken. Aber bei mir öffnet sich dann witzigerweise gar nicht direkt die Karte. Also ich suche jetzt schon die ganze Zeit in den Einstellungen. Seid ihr bereit für ein neues Bild? Ja. Bitteschön. Wait, what? Oh, scheiße, Alter, du Wichser. Oh, Mann. Okay, ähm, Bravo, gestern. Warte, 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 warte. Die anderen dürfen uns viel länger gucken, eine Sekunde noch. Ja, ja, ist ja okay. Dann ist da, dann da. Oh, Gott, schadamte Kacke, Alter. Okay, ich bin ready. Was bedeutet das arabische Wort Halal? Erlaubt plus zuverlässig, schön plus sinnlich, groß plus klein, falsch plus schlecht. Ah. Korrekt. Welche Währung hat Grönland? Dänische Kronen, Rubel, britisches Pfund oder Euro? Dänische Kronen. Die Frage hatten wir doch gerade, oder? Nein. Das war Dänemark. Ach so, sorry. In welcher Stadt wurde Albert Einstein geboren? Zürich, Wien, London oder Ulm? Ich glaube, es war Zürich. Ulm. Ulm. Ach, scheiße, der war gar kein... Der war deutscher? Ach, okay, du glaubst, der war schweiz. Ulm und Ulm und Ulm und Ulm herum. 40 Sekunden Zeit für Bram in 3, 2, 1, jetzt. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Oh, das ist ja eine interessante Erkenntnis da. Ah, gut, okay, jetzt muss ich jetzt, jetzt muss ich erst mal... Ist das schneller, wenn ich so fahre? Nee. Oh, Gas, Junge, Gas! Mehr Gas! Ja, ein Gastank ist da auf dem zweiten Foto zu sehen. Komm schon. Stopp, Zeit ist rum. Nein, nein, was passiert hier? Nicht auf die Gegenfahrt, Mann! Finde ich gut. Oh, nee. Erstmal Bram bungsen. Sebastian. Ja. Welchem deutschen Rockmusiker wurde 1989 das Bundesverdienstkreuz verliehen? Tom Kaulitz, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer oder Campino? Äh, welches Jahr? 89. Ich muss ja ganz kurz den Controller wechseln. Äh, C. Udo Lindenberg wäre die richtige Antwort gewesen. W-w-w-w-C? Äh, Herbert Grönemeyer. Ja, hast du gedrückt. Hast du gesagt. Welche Telefonvorwahl hat Berlin? Oh Gott. 020, 030, 040, 050. Natürlich geht das genau, wie der Handkrieg der Köln wohnt. Also 020, das müsste hier irgendwo sein. Keine Ahnung, Düsseldorf oder so. Was haben wir denn, was habe ich denn immer auf dem Display stehen, wenn aus Berlin 030? War das eine Antwort oder eine Frage? Nimm ich. Korrekt. Oh. Was ist ein Kaldarium? Mit C. Kaldarium. Was? Eine finnische Sauna, ein römisches Dampfbad, ein türkisches Dampfbad oder eine japanische Rauchsauna? Was waren die ersten beiden? Finnische Sauna, römisches Dampfbad. Römisches Dampfbad. Endet auf um. Nice. Richtig leer hast du damit 40 Sekunden wieder. Zeit. Und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Erstmal wenden. Ah Mann ey, da hat mir gar nichts gebracht, dass ich gerade so viel mehr Zeit hatte. Okay, fahrt also wieder Richtung Süden. Gut. Da habe ich einfach mal mehr Zeit gehabt, in die falsche Richtung zu fahren. Ja, ich muss aber da hoch. Sieht aber sehr besoffen aus, dass der da fährt auf der Karte. Oh Mist. Egal. Egal, fahren wir einen kleinen Umwilch. Nicht schlimm. Oh, wir können hier abkürzen. So werde ich hier so langsam. Oh Mann ey, ist das belastend. Was ist denn da vorne? Da ist ein Schild. Ist das ein leichter? Rechts 3. Ja, ich hatte auch so einen links 3. Ja, bleiben wir hier an dem Schild stehen. Ich finde es ganz nett. Peter. Ja. Scheiße, das ging schnell. Wie lautet ein anderer Begriff für Hamamelis? H-A-M-A-M-E-L-I-S. Hamamelis. Kokosnuss, Walnuss, Haselnuss, Zaubernuss. What the fuck? Das ist Hamamelis. Ja, was soll ich sagen, Peter? Ich nehme Kokosnuss. Wäre die Zauber nicht. Ja, als ob. Welche Filmreihe basiert auf einer Themenfahrt des Disneyland Resorts? Herr der Ringe, Star Wars, Fluch der Karibik oder Harry Potter? Fluch der Karibik. Korrekt. Der Iraner Mehran Karimi Nasseri lebte von 1988 bis 2006 in einem Vergnügungspark, Reilichtmuseum, Flughafen oder Atomkraftwerk. Ich sag mal Flughafen. Korrekt. Nice. Das ist die Geschichte auf dem Terminal basiert. Das war meine Hoffnung. Ja. Damit hast du, lass mich kurz überlegen, 40 Sekunden. Jo. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Fahre ich halt auch mal wieder zurück. Peter, wo fährst denn du so hin? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt hier mal so querfett. Einmal gucken, was passiert. Oh. Alter, der Pfeil von Peter fährt auch irgendwie ein bisschen besoffen. Uiuiui. Oh shit. What the fuck passiert? Nein, ich häng fest. Nein, ich häng noch mehr fest. Wichtige Sekunden. Ja, Peter, bleib mal da. Lass dir Zeit. Und wird auch langsam hell. Das ist doch schön. Stopp. Okay. Wollt ihr noch ein Bild haben oder machen wir noch eine Runde? Das ist mir egal. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo das ist. Ich habe nichts gegen noch ein Bild. Ich mache noch ein Bild. Und zwar mache ich jetzt ein Bild andersrum. Auf dem Kopf? Geil. Nee. Man sieht quasi, also was man halt auf der anderen Seite theoretisch sieht. Ja, bin gespannt. Natürlich wieder nachts. Aber, bitteschön. Hä? Okay. Das ist quasi einmal umgedreht. Das ist das, was mein Charakter quasi mit seinen Augen die ganze Zeit sieht. Wenn er vor dem tollen Haus steht. Okay. Damit. Ist hier dein Auto, Jay? Das sehe ich auch. Das stimmt. Du siehst mein Auto. Das ist richtig. Wo bin ich da hingefahren bin. Äh. Die Zeit wieder rein. Ähm. Brammen. Ja. Welches Land ist das Land mit der nördlichsten Hauptstadt? Island, Norwegen, Schweden, Finnland. Ich sage Island. Korrekt. Wie nennt man eine Melodie, welche von vielen Uhren und Spielwerken benutzt wird? Westminsterschlag, Domgeläut, Münsterklang oder Vatikantlocke? Der Münsterklang. Es wäre der Westminsterschlag. Schade. Wie heißt eine Wirtschaftsform, bei der der gesamte Markt von wenigen Unternehmen beherrscht wird? Oligopol. Das ist korrekt. Ähm. Damit hast du 40 Sekunden Zeit. Äh. 40 Sekunden laufen in 3, 2, 1. Jetzt. Das ist belastend, das Bombe von mir. Ab dafür, ab dafür. Wieso hat mein Wagen die ganze Zeit so einen Linkstrahl, Alter? Ich glaube, die Achse ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Also bei mir sieht man das auch, dass mein Reifen ein bisschen angestellt ist. Ich glaube nicht, ob ich eine Taste auf der Tastatur, oder? Ihr habt bislang 70,8% der Fragen richtig beantwortet. Das ist gar nicht so schlecht. Ein paar sind ein bisschen schwer. Dafür, dass wir die Hälfte geraten haben? Das ist ein bisschen schwer. Stopp. Oh, nee. Ja, okay. Sebastian. Ja. Die Erfindung der Dosenwurst wird mit welcher Stadt in Verbindung gebracht? Leipzig, Lübeck, Halberstadt, Aachen. Leipzig. Halberstadt. Alter. Wie werden Kumquats noch genannt? Noch kaum. Zwergapfel, Zwergkirschen, Zwergorangen oder Zwergbirnen? Wie sieht denn nochmal eine Kumquat aus? Was war C? Zwergorangen. Oder Zwergorangen. 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 Okay. Korrekt. Was? Was ist nicht diese Physalis? Weiß es gerade nicht. Äh, zack. Die Kolossalstatuen. Welchen ägyptischen Königs blankieren den Eingang des Tempels in Abu Simbel? Was? Ramses, den Zweiten. Achepsut. Amoses oder Amenhotep, der Erste. Amenhotep war das. Ramses, der Zweite. Ach. 20 Sekunden ist nicht viel. Genau, damit hast du 20 Sekunden Zeit. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir nur 20 Sekunden haben. Mhm. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Du musst einfach nur straight und richtig fahren. Ich wollte auch sagen, das war das erste Mal, dass ich nur raten musste. Komm, Auto, gib Gas. Die Ramses-Frage war übrigens eine Stufe 5-Frage. Oh. Oh, es gibt schon unterschiedliche Stufen. Das ist die leichteste Stufe, die wir bislang hatten. Stopp. Nein, und ich fahre... Ach, Korben. Ja, gut. Okay. Brammen. Ja. Achso, warte mal. Ich will auch mal fahren. Achso. Entschuldigung. Nee, stimmt. Da ist der Peter erst nochmal dran. Ich dachte, nee, nee, nee. Ich wollte erst mal euch schon wieder einen neuen Tipp geben. Aber, ähm, ja. Wie lautet der Name eines Jupiter-Modes? Europa, Asien, Amerika, Afrika. Europa. Korrekt. Welche Zutat gehört nicht in eine klassische Crème Brûlée? Vanillemark, Eigelb, Sahne, Johannes-Bär-Gelais. Johannes-Bär-Gelais. Korrekt. Die Singvögel sind ornithologisch eine Unterordnung der Spechtvögel, Rackenvögel, Sperlingsvögel, Lappentaucher. Ich bin für D, Peter. Nee, da bin ich gegen. Ich bin für die Sperlingsvögel. Jetzt bin ich Lappentaucher. Es dürfte, es dürfte richtig sein. Ja, es ist richtig. It's up! One minute für Peter in drei, zwei, eins, go! Vielleicht sehen wir jetzt schon das Finale hier. Nee. Nee, meinst Peter? Ich kann mich auch nicht so fündlich vorstellen. Aber ich, nee, also ich. Nee, genau. Peter ist nämlich doch Richtung Innenstadt gefahren. Das könnte doch eigentlich tendenziell ganz gut gewesen sein. Warum, wo stehst denn du so gerade? Ich stehe, ich sehe Jay. Ich muss noch, also ich muss wirklich nur sechs, sieben Meter geradeaus fahren. Also ich habe gesagt, ich sehe Jays Auto. Also ich stehe noch quasi am Gefängnis. Also dieser Fall von Peter ist halt auch nicht optimal. Ich fahre nicht optimal, sagen wir mal so. Wie so, als wäre der so ein Kompass mit einem Magneten verarscht. Ich fahre ja so hart, guck, wer fällt ein. Oh mein Gott. Nice. Peter, wo warst du denn? Warst du nicht in der Stadt so Hollywood und so? Nee, ich war mehr so auf dem Berg. Ach so. Stopp! Das ist super. Ausrollen. Kannst du einfach runterfahren, dann bist du da. Wie kann ich denn jetzt doch mal ein neues Bild machen? Das wird gleich so anstrengend. Ich habe eine Idee. Jay, jetzt nicht von mir weglaufen. Mach ein Bild von der Karte, finde ich gut. Als ob du den wirklich schon siehst. Mach ein Bild von der Karte. Jay läuft jetzt gerade, ist gerade sieben, acht Meter weggelaufen. Das ist das letzte Bild, was ihr bekommt. Oh. Und damit, bitteschön. Was? Oh. Oh. Welcher davon bist du? Das müsst ihr halt selber heraus... Ach so. Ja okay, das ist halt relativ... Warum sehe ich dann nur drei Leute? Ich sehe nämlich auch nur drei Leute. Ja, man... Ja. So, ich sehe da vier. Ah, ich sehe da auch vier. Ich habe nichts gesagt, Jonathan. Ja, stimmt. Wo ihr seid, das müsst ihr selber sagen. Ja, ich würde sagen, Arschkarte. Ähm, be-be-be-be-be-be-brammen. Ja, Moment. Ah, da. Ja, okay. Okay, okay. Ich habe das Bild übrigens auch schön mit dem Stadion fotografiert. War richtig, richtig bad. Wusste doch, der ist in der Nähe vom Flughafen. Darf ich? Ja, bitte. In welchem Land findet man ein Mausoleum mit der sogenannten Terrakotta-Armee? Wow. Russenland, Kolumbien, Island, China. Ja, dann China. Richtige Antwort ist China. China. Welcher Filmpreis wird für Filme verliehen, die in Deutschland kommerziell erfolgreich sind? Goldene Bühne, goldenes Buch, goldenes Tuch, goldene Leinwand. What? Das ist keine Ahnung. Was? Das ist richtig. What's up? Damn it! Womit beschäftigt sich die Balneologie? B-A-L-Neologie. Balneologie. Kinderheilkunde, Tierheilkunde, Frauenheilkunde, Bäderkunde. Das ist die Bäderkunde. Korrekt. Als ob wir jetzt eine Minute Zeit sind. Ich bin sowieso raus dann. Also krass. In 3, 2, 1, jetzt. Okay, wenn Bram da vorne schon ist, Peter ist auch super nah. Ich bin am Arsch der Welt. Hier rechts, komm, ab dafür. Da ist das Hüppchen von Bram. Kannst du nur vernünftig fahren. Also Peter darf keine Minute haben. Ich glaube, er könnte das schaffen. Der Sieg ist machbar. Bram könnte es beim nächsten Mal schaffen. Ich würde mal noch eine Statistik interessieren, wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Aber aktuell Bram, oder? Weiß ich halt nicht. Aber das muss halt einfach mal anfangen. Ich muss ja auch noch nachts. Umso besser ist, wenn es 20 Sekunden sind. Hm. Zumindest beginnt. Weiter, 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 weiter. Also ich brauche jetzt 6 Easy Fragen, um zu Jay zu kommen. Okay. Stopp! Nicht bis ins Wasser rollen. Sonst ist mir der Rest egal. Oh, Bram ist schon am Wasser. Ah, okay. Stark. Sebastian. Ja. Wo befindet sich die älteste Universität Deutschlands? Erfurt, Köln, Heidelberg, Würzburg. Äh. 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 Heidelberg. Hab ich auch gesagt. Ist richtig. Oh. Welcher US-Präsident war in der Watergate-Affäre verwickelt? Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, Lyndon B. Johnson. Hm. Ich schwank zwischen 2. Ich nehme mal Nixen. Puh. Correct. Hast nur mal Glück gehabt. Aha. Wie viele Tasten hat eine Mundorgel? 2, 8, 4, keine. Keine. Korrekt. Ha. Eine Minute Zeit. Für Sebastian. Und deine Zeit beginnt in 3, 2, 1, jetzt. Bin ich davor noch gecrasht, ey? Richtig dumm. Wenn ich da einfach mal weitergerollt wäre, wäre schön. So, welche Ausfahrt muss ich denn jetzt hier nehmen? Die dritte. West. West bleiben wir hier auf der, okay. Richtung Westen. Wieso ging das doch? Was? Okay. Ob ich die Dinger kaputt fahren kann? Ähnlich echt wichtig zu wissen. Ich glaube, das war ein alternativer Weg, aber ein sehr guter alternativer Weg. Zumindest kommt ihr alle näher. Komm schon! Das ist doch schon mal ein gutes Teil. Das ist richtig gut gewesen. Komm, 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 komm! Stopp! Okay, okay, okay. Oh, das ist sogar richtig gut. Nimm die Ausfahrt. Nee, nicht überschlagen. Ach, komm, jetzt hat er sich gedreht. Nimm die Ausfahrt. Hat er genommen. Guter, die sind rechts, Rallab. Wer ist seit August 2010 Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung? Tom Burow, Steffen Seibert, Ingo Zamperoni oder Steffen Seibert? Welche Stiftung wurde von Karl-Heinz Böhm 1981 gegründet? Robin Wood, Menschen für Menschen, UNICEF, Greenpeace. Wann gegründet? 1981. Wait, okay, sag nochmal A, B, C, D, bitte. Robin Wood, Menschen für Menschen, UNICEF, Greenpeace. Ich nehme Menschen für Menschen. Korrekt. Nein! Was ist ein Pümpel? Ein Schlauch? Ein Siphon? Eine Saugglocke? Oder ein Abflussrohr? Eine Saugglocke. Oh, Peter. Das sind auch eine Minute Zeit. Wenn Peter jetzt ankommt, hat er gewonnen, ne? Weil er der Letzte war. Peter, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Ja, einen schwierigen Weg von da aus, wo er steht. Das stimmt, aber in einer Minute auf jeden Fall schaffbar. Kann gut sein, ja. Hier ist die scheiß Kirche, die ich mal für die Kirche gehalten habe, die wir in der Schnitzeljagd besucht haben. Das ist ja quasi jetzt so eine Schnitzeljagd, wie der Christ ist. Also, Peter, du müsstest gleich an mir vorbeisausen, quasi, wenn du richtig fährst. Irgendwo, oder jetzt, du müsstest ja irgendwo in der Nähe. Ob du wirklich richtig fährst. Bist du schon am Wasser da, an dem Kanal, Brom? Oh Gott! Am Kanal? Ja, da, wo diese Boote da rein, also wo das Wasser reingeht. Ne, ich komme von der anderen Seite. Achso. Oh, du kommst vom Beach? Ich komme vom Beach. Oh. Ich stehe auf dem Strand, wenn du mir genau wissen möchtest. Alter, bist du weit vorne? Stopp! Nein! Peter hat es nicht geschafft! Okay. Oh oh. Oh, ne, hier ist eine Wand. Dann wird das eine interessante Runde. Also, Brom wird es ja wohl schaffen. Ja, hoffe ich. Ich muss nur auf jeden Fall jetzt fahren. Ach, ne. Peter wird es, äh, Peter sieht glaube ich schon Jonathan. Oh, ho, 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 ho. Und rollt an ihm gerade vorbei. Ne, so nah jetzt auch wieder nicht. Ich sehe nur das Gebäude. Oh, fuck. Nicht schlagen, Jay. So. Brammen. Ja. Der Gruger Park ist ein Park in Köln, Bochum, Essen, Dortmund. Äh, Dortmund. Ich tippe auf Essen und die richtige Antwort ist Essen. Wer gehört nicht zu den Moderatoren der Nachrichtensendung? Heute Journal. Klaus Kleber, Christian Sievers, Marietta Slomka, Annette Dittert. Kannst du dir nochmal vorlesen? Klaus Kleber, Christian Sievers, Marietta Slomka, Annette Dittert. B. Bitte, 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 bitte. Es ist Annette Dittert. Ja. Und Christian Sievers. Alter, wird das spannend. Wie lautet das Kfz-Kennzeichen von Fulda? FL, FDA, FD, FLD. FD. Korrekt. Nein. 30 Sekunden Zeit. Peter, ihr könntet aber auch nicht schaffen. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ihr ihn nicht direkt findet. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Vom Strand aus müsste er ihn eigentlich ziemlich dreh. Komm, 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 20 Sekunden sind echt nicht so lang. Bei Bram, fahren wir noch ein paar Leute platt da. Hol noch Polizei. Ich muss gleich drehen. Scheiße. Stopp. Nein. Roll auf, stell zu. Links. Komm, weiter, weiter, roll, roll, roll. Nicht weit genug, nicht mehr ansatzweise. Ja. Ich seh ihn gar nicht. Ich hab da eine Chance. Ich steh, äh. Keine Ahnung. Links von dir auf, neben dem Grün. Wenn du in Richtung grünen Sound küsst. Also ich seh dich ja auf der Karte, aber... Ich seh dich da vorne stehen. Leute, echt? Okay, ich seh dich nicht. Naja. Äh, Sebastian. Mhm. Wird ein Arzneimittel subkutan verabreicht, initiiert man dies in die Niere, Vene, Unterhaut, Mundhöhle? Subkutan, äh, Mundhöhle? Unterhaut. Ach. Na gut. Das ist eine scheiß Frage. Welcher US-Präsident war bei Amtsantritt am ältesten? Abraham Lincoln, Donald Trump, George Washington oder Franklin Roosevelt? Äh, Lincoln. Köln. Donald Trump. Oh, fuck. Welche Hauptfigur taucht nicht in den Struffelpeter-Geschichten auf? Ach, komm. Der Suppenkasper, Leerer Lämpel, Daumenlutscher Konrad oder der böse Friedrich? Äh, der Suppenkasper. Uh. Es wäre Leerer Lämpel gewesen. Alter, keine. Alter, was sind denn das für Scheißfragen? Ja, ja, ja. Damit hat Peter jetzt die Möglichkeit. Ja, damit bin ich raus. Also, Sepp darf nicht fahren. Ja. Peter. Ja. Ja. Vor welchem Gebäudekomplex steht der Weltkugelbrunnen? Main Tower, Main Tower, Post Tower, Europa Center, Neuer Henninger Turm. Wow. What the fuck? Okay, bitte nochmal wiederholen. Main Tower, Post Tower, Europa Center, Neuer Henninger Turm. Ja, was soll er da vorstehen? Der Weltkugelbrunnen. Oh mein Gott. Europa Center. Peter, kennst du den nicht? Der ist doch auf dem Alexanderplatz, oder? Richtig, Peter. Europa Center ist richtig. Das ist schon mal gut. Ist das nicht die Weltuhr? Der Weltkugelbrunnen? Ach, keine Ahnung. Nee, auf dem Alexanderplatz ist, soweit ich weiß, kein Boden. Ich dachte, das wäre das in Europa. Na, egal. Ach nee, das ist das Alexa, was da ist. Ja. Okay, ich war verbiere. Gut, noch eine Frage, Peter. Die Madame Butterfly aus Pucinis. Zwei Fragen habe ich aber noch. Das war die erste. War das die erste? Ja. Guck mal. Gut, die Madame Butterfly aus Pucinis. Gleichnamiger Opa ist eine Witwe, Gescher, Heiratsvermittlerin oder Opernsängerin. Madame Butterfly. Ja. Frau Schmetterling. Bräulein Schmetterling. Ist eine Opernsängerin. Das wäre eine Geisha. Dammit. In welchem Land liegen die Usambara-Berge? Tansania, Island, Rumänien, Usbekistan. Alter. Tansania. Ist korrekt. Was? Okay, das ist der Peder. 40 Sekunden Zeit für Peder. Deine Zeit läuft in... Ups, warte mal. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Aber stark. Aber wenn er das Gebäude schon sieht, dann... Du musst wahrscheinlich einmal drüber umfahren. Ich glaube, ich sehe OJ. Da habe ich keine 20 Sekunden mehr für gebraucht. Ja genau, ich will da kurz hinter dir gerade. An den Netzen. Genau hinter dir jetzt. Also fast genau hinter dir. Jetzt zück rechts. Peder, äh, Bram ist halt auch direkt um die Ecke. Da vorne steht er. Ja, damit geht der Sieg an Peder. Glückwunsch. Was für ein Duell hier. Es ging erst in eine komplett andere Richtung. Oh, die Zeit ist rum. Ja, das weiß ich auch. Ja, ähm. Das war's. Peder hat gewonnen. Glückwunsch. Ja, Mann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und, ja, das war wieder eine Folge GTA Online Challenge. Hau rein bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.